Radio Mülheim Teamgeist 2019 Präsentiert von MWB Hallo liebe Zuschauer, wir sind das E-Team von Union 09 Mülheim und E-Team bedeutet, dass wir Leute, Erwachsene und Kinder mit Handicap trainieren, die ein psychisches oder ein physisches Handicap haben, denen wir die Möglichkeit geben, bei uns richtig doll Fußball zu spielen. Der Teamgeist, den sieht man halt bei jedem Spiel, bei jedem Training. Es wird sich über jedes Tor gefreut, über jede Aktion, über jedes Bein, die wird sich gefreut. Die springen sich gegenseitig an bei jedem Tor, egal wie viel es steht und pushen sich halt gegenseitig auch noch hoch. Ich denke mal schon, dass wir einen guten Teamgeist in den Jahren entwickelt haben. Wir haben Spieler dabei gehabt, die vor Jahren einfach noch Angst vor dem Ball hatten oder auch vor Angst vor dem Gegner. Und die haben sich in letzter Zeit so gesteigert, dadurch, dass sie mit den anderen zusammen spielen, von den anderen lernen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die so groß geworden sind.